Musik Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Battle Cookie Clicker. Mein Name ist Max, ihr seid hier bei Little Cookie Gamer. Ja, mein zweiter Part und ich habe gerade die Zombie-Oma-Alien-Apokalypse überstanden. Habt ihr jetzt leider nicht aufgenommen, aber ich will einmal kurz gucken. Grandma-Apokalypse, nur einmal kurz um das aufzurufen. Die Omas haben sich so ein bisschen ins Ekelhafte verwandelt und sind letztendlich zu diesen gruseligen Alien-Monster-Schleimdingern, was auch immer, geworden. Hintergrund hat sich auch geändert, war also nicht mehr so ganz sexy Schnieke, wie ich ihn gerne habe. Das hat mich 66 Millionen, Milliarden gekostet, 66 Milliarden, meine ich. Ähm, ich bin jetzt am überlegen, ob ich mir den ganzen Rotz wiederherstellen soll. Nur um euch einmal diese Apokalypse zu zeigen. Ich weiß ja nicht, wie weit Johnny ist, ob er schon genauso weit ist wie ich, ob er noch zurückhängt. Auf jeden Fall habe ich hier dieses Achievement eben gerade freigeschaltet. Declare a convent with a grand maticata, was auch immer. Ähm, und eigentlich würde ich es schon gerne zeigen, weil dann kommen immer diese Wrinklers und knauern an unseren Keksen rum. Ähm, ich weiß jetzt aber nicht, ob ich wieder so viel bezahlen muss wie hier, damit es wieder zurückgeht. Scheiß drauf, ich mache das jetzt einfach klack. So, hab's mir gekauft. Hab ich jetzt ein, irgendein Achievement bekommen oder so. Tatsache, ich muss das wieder, um das wieder zu stoppen. Ähm, muss ich mir wieder dieses Update, Upgrade kaufen. Aber ihr seht schon im Hintergrund, die Omas haben sich ein bisschen geändert. Die sind, äh, creepy geworden. Und gleich sollten auch die Schwabbelden Super-Ultra-Kack-Viecher kommen. Währenddessen kann ich euch einmal kurz jetzt, äh, noch zeigen. Ich hab hier 53% meiner Upgrades, ähm, schon fertig. Und bei meinen Achievements sind es schon 62%. Ähm, ich weiß gar nicht, ob ich das überhaupt schaffen werde, alles freizuschalten. Weil durch, zum Beispiel durch diese Apokalypse, äh, wenn man da jetzt zum Beispiel keine 200 Winklers tötet, so wie ich, ja, dann ist schade. Wenn man jetzt nur 150 tötet und dann diese Apokalypse beendet, dann wird man ja dieses Update nie zu sehen bekommen. Ähm, äh, dieses Achievement. Also von daher fand ich das ein bisschen behindert. So, ich, oh, warte, einmal schnell. Turbo, ah, scheiße. Turbo, Turbo, Turbo. Turbo, 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 immer mehr Turbo, 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 Turbo. So, und ihr seht schon diese kleinen, ekelhaften Schleimviecher, äh, die jetzt hier angekrochen kommen. Die reduzieren unsere Produktion, aber wenn wir sie jetzt töten, bekommen wir hier unten Fat Cookies. Dass das Ganze irgendwie, glaube ich, wieder ausgleichen soll oder so. Und unsere Grindmas haben sich jetzt auch nicht gerade zum Positiven entwickelt. Ähm, ja, und der Hintere. Hintergrund sieht auch etwas schleimiger aus. So, jetzt einmal noch kurz, ähm, vergessen wir erstmal die Apokalypse und ich komme einmal kurz noch zu den, ähm, meinen Buildings, die ich jetzt hier aufgebaut habe. Ich habe jetzt 35 Prisms, die machen jetzt schon eine Milliarde 540 Millionen Cookies in der Sekunde. Dann habe ich noch 35 oder, ja, 35, ähm, Antimatter Condenser, 50 Time Machine, 50 Portal, 50, ähm, Alchemy Lab. Ich war gerade abgelenkt, Entschuldigung, ähm, dann noch Chipmans, 100, 100 Mines, 110 Factories, ist wichtig. Ähm, 150 Farms, 150 Grandmas, die jetzt hier gerade diese Apokalypse ausgelöst haben und 150 Cursors. Und durch dieses Elder Pledge Update könnte ich jetzt einmal die, ähm, Apokalypse kurz stoppen, zwischenzeitlich. So, das können wir jetzt natürlich auch einmal kurz machen, dann kann ich das gleich mitzeigen. So, haben wir uns jetzt schnell gekauft, das war jetzt nicht so teuer. Am Anfang hat es mich, glaube ich, nur 100 Cookies oder so gekostet, ich bin mir nicht sicher. Und der Hintergrund ändert sich wieder zum Positiven. Ähm, und die Omas sehen auch schon wieder freundlich aus. Und das, ich glaube, das hält nur für eine halbe Stunde, ja, für eine halbe Stunde und dann geht diese Phase des Großmuttergekloppes wieder von vorne los. Oder des Großmutter-Zombie-was auch immer. Naja, das war auf jeden Fall erstmal ein Einblick, wie weit ich bin. Ich produziere ja gerade auch 9 Milliarden, äh, Cookies in der Sekunde. Ähm, naja, morgen, wie gesagt, ist wieder Johnny dran. Könnt ihr da auch mal sehen, vielleicht steckt der denn ja zu der Zeit auch gerade noch in der Apokalypse drin. Vielleicht ist der ja noch gar nicht da, vielleicht ist der auch schon durch. Werden wir sehen. So, dann vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Ich hoffe, ihr habt verstanden, in was für einer Situation ich mich hier befinde. Die ganzen Omas. Grr, nein, okay. Dann sehen wir uns erst übermorgen und bis dahin, macht's gut.